Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir sind mal wieder in Meiningen unterwegs und der Romantik will ja immer, dass wir Burger testen. Wir stehen jetzt hier vorm 47 oder vielleicht heißt es auch 47. Da bin ich mir unsicher. Das zeigen wir euch mal kurz. Da ist eine riesengroße 47 da. Da kann man sich auch raussetzen. Hier haben wir eine Karte draußen hängen, wo wir da drauf gucken können. Hier gibt es auf jeden Fall richtig schöne Burger. Hoffe ich. Da stehen auf jeden Fall Hot Dogs dabei, Burger, Fingerfood, Pizza in verschiedenen Ausführungen. Wir gucken mal, gehen mal rein, gönnen uns einen Burger. Vielleicht finden wir ja einen besonderen und testen dann natürlich wieder. Gucken wie es schmeckt, wie teuer das ist. Das sind glaube ich günstige Preise sogar, aber das zeige ich euch gleich noch. So, ich habe mir jetzt was rausgesucht. Ne, kriegst du jetzt nicht, brauche ich jetzt. Drinnen sind doch noch welche. Ich will nochmal kurz was lesen. Alle großen Pizzen 6,50 heute. So, Pupsi ist fertig und hat meinen Flyer benutzt. Wir haben uns jetzt mal was rausgesucht. Ich will euch den Flyer auch mal zeigen. Also den, im Prinzip die Karte. Nochmal wie das hier aussieht. Food & Drink 4,7 enjoy it. Georgenstraße, Meiningen. Können sogar per WhatsApp bestellen. Und ja, Hot Dog Burger, Pizza steht nochmal alles da. Türkische, Balkawa, vegetarische und vegane Speisen. Hier das Janse Team. Ihr habt auch so Angebote für Abholer natürlich. Komisch, es gibt keine Burgerangebote. Immer nur Döner, Pizza, Schnitzel, wie überall. Lieferzeiten, Öffnungszeiten, braucht man nicht. Ich will euch jetzt aber mal. Die Karte sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Sehr schöne Neonfarben, geschnörbelt, geschrieben, appetitlich. Es ist schwarz im Hintergrund. Und ich habe noch nie eine schwarze Karte gesehen. Und mir war es jetzt ein Rätsel. Was ist schärfer? Der Chili Cheese Burger oder der Mexican Burger? Aber die gute Dame meinte, sie kann den Mexican Burger machen und nochmal extra scharf zusätzlich. Nehmen sie da auch noch ein paar Jalapenos und alles drauf. Bastelt. Deswegen habe ich mich jetzt für den Mexican Burger entschieden. Denn die anderen Sachen kennt man ja eigentlich. So Cheese, Chicken, Classic, Crispy, Grill, Döner. Aber Mexican Burger habe ich noch nirgendwo gelesen. Kostet normal 6,50. Und die sind das. 180 Gramm Pet. 6,50, aber im Menü 8,50. Und für 2 Euro mehr kriegt ihr da nochmal Pommes dazu und ein Getränk nach Wahl. Ich habe mir jetzt hier einen Becks gegönnt. Und ich glaube, wenn ihr das normal so kauft, bezahlt ihr schon alleine 2 Euro. Und so habe ich im Prinzip die Pommes jetzt kostenlos bekommen. Normal trinke ich ja immer keinen Becks, aber diesmal muss das sein. Das machen wir jetzt noch auf und melden uns zurück, wenn das Essen da ist. So, das Essen ist also angekommen, ist angerichtet. Will ich euch mal zeigen. Guck mal hier. Schönen Burger dabei. Mit dem Holz. Hier Pommes, Ketchup, Mayo am Start. Pupsi hat einen Döner. Ja, die andere hat einen Cheeseburger. Was ist das? Ich glaube, Cheeseburger. Ich darf ja keine Namen nennen. Nochmal mit Pommes dabei. Wir sind mal gespannt, wenn wir das hier rausziehen. Was sich darunter verbirgt. Guckeschön. Einmal Tomate. Tomate mit Käse. Und hier unten habt ihr noch Soße. Toll. Soße und Gurken. Ich glaube, das ist der... Was ist denn? Vertauscht? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Könnte sein. Ja, ja. Ja, ist vertauscht. Richtig genial. So sieht also ein Cheeseburger aus. Mit Cheese und Gürkchen. Wir tauschen mal kurz und melden uns gleich zurück. So, jetzt sind wir zurück. Hier also nochmal die Pommes. Mit Mayo. Mit Ketchup. So sieht Salat aus. Habt ihr schon mal so einen Salat gesehen? Schreibt es mir in die Kommentare. Jetzt haben wir aber, glaube ich, den richtigen Burger. Den richtigen Riecher, du. Den machen wir auch mal auf. Und wir sehen Käse. Ist das eigentlich Käse? Oder ist das Käse? Bestimmt. Käse, Tomate. Und wenn wir den Salat anheben... Ah, ich konnte den Salat nicht anheben. Alle drunter gefallen. Habt ihr hier nämlich jetzt auch sicherlich so eine Art Barbecue-Soße drauf. Ihr habt da so Zwiebelringe. Und neben den Gurken sind jetzt ja auch endlich Peperoni drauf. Die habe ich eben nämlich vermisst. Jetzt sind sie da. Fleisch dabei. Unten drunter auch nochmal Ketchup. Irgendwas. Soßen. Nochmal Gürkchen. Unten drunter. Also, habe ich auch noch nie gesehen. Dass unten und oben Gurken sind. Hm. Wir probieren mal kurz so eine Pommes. Es schmeckt noch nach nix. Außer ein bisschen scharf. Aber es fehlt auf jeden Fall ein bisschen Salz. Würde ich mal sagen. So. Hier habt ihr den Burger. Der sieht richtig gut aus. Bubsi, es tut mir leid. Für deine Hand. Wir beißen mal rein. Lassen uns es schmecken. Oh, nicht auf meine Tasche. So, wir beißen mal rein. Der Geschmack von dem Fleisch kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, der schmeckt so ähnlich wie der aus Krog. Beim Schützenhof, den wir gegessen haben. Ich weiß nicht, wie die hier Fleisch machen. Ob die das auch selber so herstellen. Viele nehmen einfach irgendwelche Patties. Schmeckt auf jeden Fall anders als irgendwelche normalen Burger, die ihr sonst kennt. So scharf finde ich den jetzt auf jeden Fall nicht. Da geht noch was. Wir werden uns gleich noch das Zeug auf die Pommes draufknallen. Akku ist auch gleich leer. Wir nehmen nochmal einen saftigen Bissen. Kann man trotzdem mitnehmen. Für den Preis finde ich auch gute Sache. Mit dem Bierchen dazu, mit den Pommes. So als Menü. Schmeckt trotzdem gut. Und ist auf jeden Fall schön saftig. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Peace out for Haut. Euer Ramses. Bis dann. 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 Bis dann.